Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Heute backen wir gemeinsam einen Brokkoli Mozzarella Strudel. Viel Spaß! Starten wir, indem wir den Brokkoli klein schneiden. Bis zum nächsten Mal. Die Zwiebel wird geschält und klein geschnitten. Musik Gibt das Gemüse in eine große Pfanne und stellt dieses auf den Herd. Würst das Ganze mit Salz, Pfeffer und Muskatnuss. Musik Bratet das Ganze bis der Brokkoli gar ist. Jetzt stellt eine Creme her. Diese besteht aus dem halben Becher Creme Fraiche, einem Ei, Salz und Pfeffer. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Die Mozzarella's würfeln und unter die Creme heben. Untertitelung des ZDF, 2020 Den Blätterteig ausfächern. Verteilt jetzt das kalte Gemüse auf dem Teig. Gebt jetzt noch den Mozzarella über dem Brokkoli. Den Blätterteig jetzt einrollen. Den Blätterteig ausfächern. Den Blätterteig ausfächern. Den Blätterteig ausfächern. Den Teig vierteln und dann in den Omnia legen. Den Blätterteig ausfächern. Backt das Ganze bei kleiner Flamme für eine Stunde. Das war ein vegetarischer Brokkoli-Mozzarella-Strudel, wie auch ihr den in eurem Camper backen könnt. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wenn ihr Lust auf noch mehr Inspirationen rund ums Backen und auch ums Kochen im Camper habt, dann schaut gerne bei mir auf dem Kanal vorbei. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Euer Chris von Camper Culinarik.